Das, was wir als Lokalbühne Freistaat seit mittlerweile drei Jahrzehnten und das, was viele andere Kulturinitiativen am Land, in der Provinz, in den Orten und Städten machen, ist einfach für Lebensqualität dort sorgen, wo sonst wenig Kultur stattfinden kann, weil Kultur halt was ist, was sie in den allermeisten Fällen nicht selbst finanziert. Also fast jede Veranstaltung kostet mehr Geld, als sie reinbringt. Nicht nur, weil die Künstlerinnen und Künstler Gagen haben wollen, von denen sie leben können, nicht nur, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kulturvereinen etwas verdienen wollen, sondern auch, weil dort ganz viel rundherum passiert. Da gibt es Leute, die die Tontechnik machen, es gibt Leute im Management, in den Agenturen, die die Künstlerinnen und Künstler vertreten, die alle leben davon und sorgen für Lebensqualität in der Provinz und ich glaube, es sollte uns allen ein Anliegen sein, dass diese Lebensqualität in der Provinz nicht sinkt, sondern im Gegenteil vielleicht sogar gestärkt wird. Und deshalb ja bitte die Kampagne unterstützen.